Ich bin beim Wandfilter mit den Emro. Servus, Emro. Grüß dich, Sydney. Ihr seid ja eigentlich immer hier bei PV Live. Was ist denn dieses Jahr so euer Hauptthema, euer Steckenpferd? Unser Steckenpferd dieses Jahr. Also 2015 haben wir heute Fokus auf unseren neuen Innenraumfelder, Freshes Plus, der nochmal Zusatzeigenschaften mitbietet. Antialergen ist er, antibakteriell und hat auch noch eine Feinstaublage drin. Okay, das heißt also, ich habe mich ja schon mal ein bisschen kundig gemacht. Das heißt, das ist jetzt so ein Innenraumfilter, der quasi alles vereint und noch on top was hat? Absolut richtig. Ich kann dir das mal kurz hier vielleicht nochmal zeigen, wenn wir die verschiedenen Lagen sehen. Wir haben die biofunktionale Lage. Die biofunktionale Lage mit dem tollen Begriff Polyphenol angereichert. Naturprodukt, mit dem schaffen wir es, Allergene nochmal zu binden. Also das heißt, in der Luft befindliche Partikel, die noch da sind, nochmal feiner rauszufiltern. Und das zeichnet das Produkt Freshes Plus aus. Freshes Plus. Hört sich irgendwie nicht so natürlich an? Hört sich nicht natürlich an. Ist natürlich eine Wortkreation. Fresh Air Plus. Ein Plus an zusätzlichen Funktionen. Ein Plus an zusätzlicher Sicherheit. Plus an zusätzlicher Gesundheit, wo wir mit dem Produkt mitgeben. Und ich denke, die Verpackung auch allein, wenn man sie mal ansehen, spricht für sich. Was Neues, was Anderes. Einfach mal was Tolles. Weil sonst haben die gar nicht so schicke Bilder hier drauf, ne? Warte mal, ich zeige euch das mal. Voll die schicken Bilder drauf. Normalerweise ist es doch immer so grün-gelb, ne? Ja, genau. Also, die normalen CU, also Kohlefilter? Absolut. Sehen wir am Stand. Alles grün-gelb. Das ist unsere Marke. Das ist unser Brand. Jetzt führt ihr ein komplett neues Produkt ein. Was heißt komplett? Also ein On-Top-Produkt, sage ich mal. Den Freshes Plus. Unterstützt ihr den Handel, damit es auch ein bisschen mehr quasi in Umlauf kommt? Ja, klar. Unsere Kampagne ist im Frühjahr gestartet. Wir hatten gute Werbepakete mit ziemlich viel Inhalt da drin. Zum Beispiel unser Prospekt, als auch Flyer, die wir mit hatten. Taschentücher, die das Thema mit unterstützen. Und wir waren erstaunt. Das Thema ist auch sehr gut angekommen und ruckzuck von den Werkstätten auch abgerufen worden. Hat es auch so eine gelbe, freshes Plus Oberfläche? Ist nur die Hülle. Ist nur die Hülle. Innen drin wie gewohnt normal, Taschentuch weiß. Okay, hätte er sagen können. Also das heißt, freshes Plus ist auch für alle Fahrzeuge erhältlich? Nahezu für alle Fahrzeuge. Wir decken schon mal jetzt 50 Prozent des deutschen Marktes damit ab. Das Programm wird natürlich wachsen. Aber 50 Prozent ist denke ich ein Wort und ist für den Anfang schon mal ziemlich gut. Würde ich auch sagen, ein guter Anfang. Dann schreit nach mehr. Absolut. Dann danke ich dir und weiterhin viel Erfolg. Besten Dank. Dankeschön. Tschüss. 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 Tschüss.